Teil 9, Kapitel 8 Ein guter Rat Scorpius hatte in dieser Nacht schlecht geschlafen. Viel zu sehr kreisten seine Gedanken um Rose und um Albus. Der Blonde hatte seinen besten Freund nicht mehr gesehen, nachdem dieser ihm einen Kuss auf die Wange gegeben hatte und er wüsste nur zu gerne, was er damit ausdrücken wollte. Dazu kamen noch die Worte von Darius, der offensichtlich glaubte, dass zwischen ihnen etwas laufen könnte. Verwirrt seufzte Scorpius und griff nachdenklich unter sein Kissen, wo er die Seite der Synopsis Ablaxion Zaubers aufbewahrte. Wenn er ihn benutzen würde, dann hätte er wohl Klarheit, wüsste zumindest, was Albus und was Rose für ihn empfanden. Lange starrte er die Worte an und zerknüllte dann den Zettel. Entschlossen sprang er aus seinem Bett. Er schnappte sich seine Schuhe und seinen Morgenmantel, um seinen Vater einen Besuch abzustatten. Es war gerade mal 5 Uhr am Morgen, also war noch niemand wach. Der Vorhang an Albus' Bett war zugezogen, was den Blonden beruhigte, da sein Freund offensichtlich doch noch spät in der Nacht in sein Bett gefunden hatte. Ruckartig wandte er den Blick ab, um sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das Schloss war gespenstisch ruhig, als Scorpius in Richtung Kerker lief. Da er es in den letzten Tagen mehrmals von seinem neuen, kurzzeitigen Zuhause ausgemacht hatte, kannte er den Weg schon mehr als auswendig. Wenig später stand er schließlich vor der Tür seines Vaters und klopfte. Sein Blick fiel auf das Schloss und sein Magen verkrampfte sich. Er würde seinem Vater die Wahrheit sagen und ihn dann fragen, was er machen sollte. Scorpius, was machst du denn um diese Zeit hier? Fragte Draco Malfoy etwas später, offensichtlich müde, nachdem er nur in T-Shirt und Schlafhose die Tür geöffnet hatte. Seine Haare waren noch verwuschelt und er hatte die Augen nur einen kleinen Spalt breit geöffnet. Wahrscheinlich hatte er gedacht, es gibt einen Notfall und ist quasi aus dem Bett gefallen. Ich muss mit dir reden, Dad, Sagte Scorpius eindringlich und sein Vater trat sofort zur Seite. Wieder einmal war Scorpius unendlich dankbar, dass Draco hier arbeitete. Ansonsten hätte er nicht nach Rat fragen können. Was ist denn passiert? Fragte sein Vater besorgt und alle Müdigkeit schien verschwunden zu sein. Jetzt schaute der junge Slytherin seinen verwirrten Vater an und wusste nicht, wo er anfangen sollte. Er öffnete seinen Mund und schloss ihn wieder. Mehrmals. Tee? Fragte dann der Ältere und Scorpius nickte sofort. Ich schätze, es geht darum, dass du Rose Weasley vor meinem Büro geküsst hast? Fragte der Ältere, als er seinem Sohn eine Tasse Tee in die Hand drückte. Scorpius nickte und schmunzelte, da sein Vater Rose nie Rose Granger Weasley nannte, sondern immer nur Rose Weasley. Doch dann merkte er den immer noch fragenden Blick seines Vaters und überlegte, wie er anfangen sollte zu erzählen. Schließlich fing er an, indem er von dem Streit mit Rose erzählte, wie sie behauptet hatte, dass sein Vater eine Affäre hatte. Als der Ältere nichts kommentierte, machte er weiter und erzählte, wie sie ihn hinterher spioniert hatten und wie sie zu guter Letzt gestern hier einbrechen wollten. Scorpius, sagte Draco Malfoy tadelnd, doch er hatte ein kleines Lächeln auf den Lippen. Also habt ihr euch nur geküsst, damit ich nicht sehe, dass ihr einbrechen wolltet? Raffiniert. Scorpius grinste verlegen, war aber froh, dass sein Vater ihn nicht für den Versuch maßregelte. Und jetzt? Hat dich der Kuss so aus der Bahn geworfen? Der Jüngere erklärte, dass er eigentlich nichts gefühlt hatte und wie er später mit seinem besten Freund darüber gesprochen hatte. Etwas zögernd erzählte er auch schließlich von dem Wangenkuss, den er als schöner in Erinnerung hatte als das Ganze mit Rose. Der Blick seines Vaters war schon fast erleichtert, was Scorpius verwirrte. Offensichtlich hast du keine Gefühle für das Mädchen. Was mich ehrlich gesagt erleichtert. Immerhin plane ich, ihre Mutter wieder für mich zu gewinnen. Scorpius, die Gerüchte sind allerdings falsch. Im Moment ist da nicht mehr als Freundschaft zwischen uns. Aber ich liebe sie. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch vor zwei Tagen? Sie war meine erste Liebe und ich habe immer noch Gefühle für sie. Sie wird sich bald scheiden lassen und dann werden wir es langsam angehen lassen. Ich bin deswegen sehr froh, dass du nichts mit ihrer Tochter hast. Das wäre sonst sehr unangenehm geworden. Scorpius brachte im Blick Kontakt mit seinem Vater und starrte in seine Teetasse. Er musste einfach an seine Mutter denken. Eine bleiche Hand legte sich auf seine und sofort fühlte der Jüngere sich besser. Das alles ändert nichts daran, dass ich deine Mutter geliebt habe. Ich bin sicher, sie würde wollen, dass wir wieder glücklich werden, meinst du nicht? Die Frage hing im Raum und Scorpius verdrückte lautlos ein paar Tränen. Ja, das würde sie, murmelte er schließlich. Er schaute wieder zu seinem Vater, der ihn abermals erleichtert anlächelte. Aber was soll ich jetzt mit Elvis machen? fragte Scorpius verunsichert. Weißt du, in meinem Jahrgang gab es einen Slytherin, der homosexuell war. Er war sogar in meinem Quidditch-Team. Er hat sich erst Jahre nach der Schule geoutet und ich hätte niemals gedacht, dass er schwul ist. Was ich damit sagen will, könnte es sein, dass dein Freund wirklich Gefühle für dich entwickelt hat? Er vielleicht sogar homosexuell oder zumindest bisexuell ist, du es aber nicht bemerkt hast? Ich bin mir so unsicher. Ich dachte, wir sind Freunde. Was empfindest du denn in seiner Nähe? Ich bin gerne bei ihm. Er beruhigt mich und kennt mich, abgesehen von dir am besten. Er weiß, wann ich reden will und wann mir einfach stilles Beisammensein lieber ist. Und wenn wir uns mal umarmen, fühle ich mich geborgen und sicher. Unsicher schaute Scorpius abermals in seine Teetasse. Er hatte das Getränk bisher noch nicht einmal angerührt und nippte nun daran. Nun, ich denke, du solltest mit ihm reden, meinte Draco Malfoy. Sofort schaute der Schüler zu ihm. Wie soll ich das denn machen? Ich meine, es, was auch immer es ist, könnte unsere Freundschaft kaputt machen, sagte Scorpius verzweifelt. Nun, vielleicht seid ihr beide einfach nicht für Freundschaft gemacht. Scorpius, so wie sich das eben angehört hat, hast du Gefühle für ihn. Deine Augen haben regelrecht geleuchtet, als du von ihm geredet hast. Glaub mir, wenn ich eins in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, hör auf, dein Herz. Es ist mir egal, in wen du dich verliebst, Hauptsache, du wirst glücklich. Auch wenn es komisch ist, dass es ausgerechnet der Sohn meines ehemaligen Erzrivalen geworden ist. Nach dem letzten Satz lachte Draco Malfoy auf und grinste seinen Sohn an. Abermals traten Scorpios Tränen in die Augen und er umarmte seinen Vater stürmisch. Dass er dabei den Tee verschüttete, war ihm absolut egal. Danke, Dad, schniefte er. Eine Weile umarmten sich die beiden Malfoys, ehe der Jüngere sich vorsichtig losmachte. Ich denke, ich sollte gehen. Ich möchte nicht, dass mich das ganze Schloss in diesem Aufzug sieht, sagte er leicht verlegen und sein Vater lachte. Dann verschwinde schon und halt mich auf dem Laufenden. Noch einmal nickte Scorpios strahlend, stand auf und verließ dann die Räume seines Vaters mit neuem Mut. Er würde mit Elvis reden.